Willkommen, willkommen zurück zu Shadow of Mordor mit mir, Peterbus von Creed.de Und wir stürzen uns jetzt mal gegen die schwarze Dingshand. Nein. Das klingt irgendwie furchtbar falsch in meinem Kopf. Yes, ihr Kerl. Schwarze Hand wirklich? Nein. Quatsch. Der ist so anders. Oh, Spinne. So was. Ach, der schwarze Kapitän. So herum. Ne, er fasst beinahe. Schwarze Hand. Warum ich denn das her? Wie komme ich auf den Kram? Das bin ich. Das bin ich. Ich bin, ich bin, ich bin, come. Geh ihr psychischen Leute aus dem Mordor. Heute Abend. Oder wir werden alle getrenset. Es ist ein Tunnel über die Blattnäu. Woh. Ziem, Bro! Ein Händchen halt mit dem Jungen helfen. Wagen ich jetzt mal zu bezweifeln. Ganz massiv sogar. Also, die Landwirte nicht gemacht haben, um diese Händchen zu verhindern. Sie haben alle in der Krieg, mein Herr. Nur für mich war Chief Ratbeck. Glückwunsch, Sie sind immer noch alive. Au! Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. War in der Reinigung? Entschuldigung? Okay. Kümmern wir uns erstmal um die Ratten. Was war das? Ich seh das anders. Ah, Mist. Ja. Nein! Einfach meine Streak die ganze Zeit unterbricht, die Sau. Oh! Au! Au! Ich seh's immer nicht kommen. Kann man so unfähig sein. Rangers! Time to die! Rangers! Time to die! Oh! Oh Gott! Oh oh! Ich bin so scheiße blind! Das gibt's doch gar nicht! Ja, ist es! Damit musst du leider leben! Komm! Tschüss! Tschüss! Der Orc freut sich auch für mich! Der fand das jetzt gar nicht schlecht! Der fand das jetzt gar nicht schlecht! Was? 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 Wer? Wer? Ah! Das ist jetzt problematisch! Den kennen wir! Ja! 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 Das ist ja! Das ist alles, was ich weiß. Ich muss die Verkaufung erzeugen. Die Rückmung zu Nernin ist lang und trechern. Das ist alles, was ich weiß. Ich muss die Verkaufung erzeugen. Okay. Hm. Hmm. 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 Oh. Kollege. Ne. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Wir haben den Hammer von Sauron gewandert. Aber die schwarze Hand und die Tower bleiben. Und der Master. Ah! Ah! Okay. Ich bekomme da jetzt nichts draus. Hä? Das war's. Ich bekomme da nicht irgendwas für oder so. Ne? Na ja gut. Schauen wir mal, was da so abgeht. Wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin? 还ingangaschohoot! Oة! Oops! Wo willst du denn hin?! Nicht doch! Nicht doch einfach weglaufen! Das kann hier nicht für gut heißen. So. Okay. Oh, neues Gebiet freigeschaltet. Okay. 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 Akzeptiert. Ich bin aufgeregt. Mal sehen, wie viel Gebiet da noch zukommt. Okay. Okay. Wir sind hier. Ach was. Das sieht ja mal ganz anders aus als Mordor. Habst du das Gefühl, dass Cele Brimboa nicht so happy sein wird damit, dass wir hier sind? Lady Marwen, Queen of the Shore. Ein fallen Ranger. Von der Black Gate. Komm her. Deine Daughter sagt, dass du etwas für mich hast. Nicht für dich. Jetzt sofort. Die Macht dauert. Sehr schnell, der Dark Lord und seine Armee werden alle über Mordor überwinden. Aber... ein großartiger Macht kann sich erwarten, um es zu verhindern. Ist das, warum ich hier bin? Ja. Mach in Mordor. Mach in Mordor. Mach das Elfen-Kraftwerk aus den Guren. Und find... ...dorf. Oh... Aber unser Camp wurde überrascht. Vater, sie sagen, du bist ein Kriminell. Der weiße Baum ist ein sehr Symbol von Garnburg. Er ist in seiner dritten Lebenszeit. Replantiert mit neuen Geheimen. Das sind wir, die Erde. Ich muss einen Weg nach Morgoth-Skar finden. Es gibt eine gute Chance, dass wir den Ghouls-Trailer aufnehmen können. Das ist ja noch mal genau so groß für das erste Gebiet. Wenn nicht sogar größer. Jawoll! Rensack-Caravan, die wir früher über die Ravine passen. Nice! Pilze. Num-num-num-num-num-num-Pilze. Bam! Warte! Warte! Ja, das ist schon richtig. Du hast das getrochen. Dass sie abgeht. Da, hüpfe mal auf den Turm hoch. Ding-i-ding-i-ding-i und schalten uns den mal frei, bevor wir hier drin vorbeigehen. Swoosh. So, und wie kann ich wieder zurück? Es hieß nämlich, ich könnte wieder zurück. Ah, und das andere Gebiet. Es hieß, es ginge. Aber wie? Ah. Keine Ahnung. Womöglich geht's doch nicht. Soll's nix greifen, sondern schleichen. Um. Wie weiß die Queen von deinem Vergangenheit? Anzehntes Wissen liegt nicht gesehen von allen, aber Spiriten. Sie kann in beide Augen sehen. Und vielleicht wird sie uns in die Welt bringen. Du, Minfunker, bist so weinig. So viele totale Udox. Ich muss den Ghouls bedanken, bevor ich sie schlauze. Die Ghouls sind Spiriten. Sie nehmen alles, aber sie lassen sich eine Sache hinter. Ich muss die Ghouls-Trucke loslegen. Na ja, dann suchen wir mal nach den Ghouls-Spuren. Die wird er ja besser sehen. Ich muss die Schleuch-Spuren. Ich muss die Schleuch-Spuren. Ich muss die Schleuch-Spuren. Ha 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 ha! Jawohl. Mio Mio. Lichtschwert. Oh. Oh. Die machen da unten ihr Zeug. Ich mach hier oben mein Zeug. Oh, hier gibt's ja wieder eine komplett neue Truppe. Okay. Nice. Nice. Weiter, weiter, weiter. Immer schön den Spuren nach. Ein klein bisschen wie Gollum. Die Stinche. Nightcrawlers. In the belly of the beast. Stealth is my best weapon. You know. You shouldn't take me listen. Staying high will keep me out of sight. Oh man. Okay, okay. Okay, ich hab die Spur verloren. Und ich bin mitten im, im, im Dings. Da ist die Spur. Oh shit. Oh shit. Plus wo? Ah, falsche. Kamera, richtige Kamera? Braucht man gerade anständige Sicht auf die Dinge hier. Das ist der einzige Weg, den es gibt. Also nehm ich an, dass sie da irgendwie außenrum müssen ein bisschen. Wie auch immer das sich gestaltet. Nein, hier geht's auch nicht lang. Wie, was? Oder ist es da einfach und ich seh's nicht. Ja, okay. Natürlich war wieder da. Ich dachte, es läge hinter der Wand. Oh, Zelebrimboros Hammer. We are betrayed. Its power blazes like a beacon. And we'll bring ruin to all Middle Earth. Okay, oh shit. Oh, what? Oh. Ghoul Matrons. Okay. Oh nein. Spacebar drücken. Das ist nix für mich. Das wissen wir ja schon. Aber. Was denn nun? Welche Taste soll man denn drücken? Einmal Rechtsklick, einmal Space. Ernsthaft jetzt? Ich will doch nur, genau. Komm schon, gib mir noch ne Chance. Ow, 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 ow. Okay. Okay. Okay, Mamzy. Woo-hoo! Jesus. Jesus. Habe ich alle? Gott sei es willen. We must escape this darkness. Oh shit. Alter. taste. Okay. Okay. Warum können wir da nicht hoch? Warum können wir da nicht hoch? Was ist das jetzt schon wieder für ein Unfug? Warum können wir da nicht hoch? Oh Gott. Können wir da jetzt hoch vielleicht bitte? Außer um so eine... Oh meine Fresse. Lauf ich in die richtige Richtung? Nein. Ich laufe in ungefähr exakt die falsche Richtung. Was macht er denn? Oh Gott. Noch falscher geht's gar nicht. Okay. Es ging ein bisschen... Bisschen falscher noch. Oh shit. Oh meine Güte. Hilfe. Ja bitte. Bitte. Bitte hoch dann. Nein. Nein. Natürlich ist das jetzt wieder nur so eine Stelle, wo er so hoch hüpft und dann sich kurz überlegt. Ach. Komm. Hat ja doch gern Wert. Oh shit. Okay. Versuchen wir das hier. Okay. Okay. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Ähm. Danke. Für den extrem frühen Hinweis. Lass mich raten. Der Zwerg. Was ist denn mit dir passiert? Wo ist dein Bart? Was ist dein Bart? Ich bin ein Freund. Was du willst, ist mir nicht interessiert, Master Dwarf. Selbst wenn es dich an den Kabel befindet, mit dem Hammer. Nicht gut. Der Kampf ist nicht weit entfernt. Ich bin ein Dwarf. Goddammit. Okay, dann versuchen wir mal hier wieder wegzukommen. Ich bin nicht ganz sicher, wie. Äh. Okay, wie ich hier wieder wegkomme, finde ich vielleicht mit euch gemeinsam beim nächsten Mal heraus. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Like da lassen, wenn ihr was zu sagen habt. Kommentieren, wer es noch nicht getan hat. Abonnieren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.